So Leute, da sind wir beim nächsten Booster und ich habe ein Marsch of the Machine Collector Booster. Findige Leute haben jetzt herausgefunden, dass ich Booster teilweise im Voraus aufnehme, dass man teilweise sehr alte Videos sieht, wo ich altes Equipment benutze, alte Sachen nur habe, teilweise neue Booster aufmache und so weiter und so fort. Ja, ich nehme immer so eine ganze Reihe auf. Und dann kommt manchmal so der Punkt, wo ich sage, jetzt veröffentliche ich einen Booster davon, weil ich die auch noch auf Halde habe. Und davon habe ich eine Menge und dementsprechend, ja, habt ihr gut gemacht, das herauszufinden. Ich freue mich für euch. Wir gucken uns dieses Booster an. Wir haben eine Filting Guerilla, 302-2 Fairy Vogue. Wenn der stirbt, nimmt jeder Spieler zwei Karten und dann können wir die exilen. Wenn wir die machen, dann können wir eine Battlekarte aus einem Friedhof oben aufstecken. Oh, oder Kreaturenkarte. Was? Okay, spannend. Knight of the New Coalition, 402-2 Wachsamkeit, Human Knight. Und wenn der Spielwerk kommt, kriegen wir einen 2-2 Human Knight mit Wachsamkeit. Ja, okay. Alabaster Host Sanctifier, 202-2 Lifeling. Der kommt mir so bekannt vor. Das ganze Artwork kommt mir so bekannt vor. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den ich vielleicht schon gar keine kenne. Aber für Rick Sinclair wahrscheinlich nicht. Tinnert Oil Master, 4 Mana, 2, 4 Menace. Der kriegt bloß 3 plus 0, wenn der Gegner 8 oder mehr Karten in seinem Friedhof hat. Und wenn er angreift oder blockt, will die jeder Gegner in der Karte. Wenn er kam, wäre ich nicht schlecht. Searing Barb, 3 Mana Saucer, die befügt zwei Schaden an irgendeinem Target zu. Eine Kreatur, die Schaden zugefügt hat, zugefügt wird. Kann nicht blocken und wir inkubieren 1. Mirror Shield or Bleed, 202-2 Wachsamkeit und andere Kreaturen, die man targetet mit Backup, kopieren diese Ability. Man kann neue Fähigkeiten für Backup suchen. Backup ist eine Fähigkeit, die hier drin ist, die halt nicht wirklich Anklang gefunden hat. Ja. Invasion of New Capanna. Zwei Mana, wenn sie ins Spielfeld kommt, kann man eine Art Faktor Kreatur opfern. Wenn man das macht, exilt man eine Art Faktor Kreatur, der geht dann kontrolliert. Und auf der anderen Seite ist das ein Equipment, was plus 1 plus 0 gibt, eine Marke sogar und den Kreaturntyp schert, wenn man die Equipment hat für 1. Ich wusste nicht, dass Battle auch was anderes als Kreaturen hinten drauf sind. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mich daran erinnere, dass das damals schon so war. Dann haben wir Jagel und Multani. Ein grünes, zwei schwarze, drei farblose, 18-6 Legendary Creature, Frogspirit Elemental. Diese Doppelsachen fand ich ganz cool damals, muss aber sagen, ich bin mir nicht sicher, wie wichtig die wirklich damals waren. Nahiri Warcrafting, 3 Mana Sorcery, fügt 5 Schaden an der Kreatur, Planets, Book oder Battle zu. Wir gucken uns die obersten X-Karten an, wo bei X die Anzahl an Exist Damage ist, also der Damage, der drüber geht. Wenn wir jetzt hier gucken, wir haben jetzt zum Beispiel Battle mit 4 Marken gehabt, dann hätten wir einen obersten Karten angucken und man kann eine Karte davon exilen. Eigentlich ja. Und man kann die dann unter Stack legen in Random Order. Und ja, die exilte Karte kann man spielen. So. Path of Enigma, 5 Mana Sorcery, jeder, nein, ein Spieler mit 4 Karten. Dann sucht man sich aus, wenn man selber anfängt. Jeder Spieler votet für Planeswalk oder Chaos. Wenn man Planeswalk mehr hat, dann Planeswalkt man. Wenn man Chaos mehr hat, dann macht man Chaos. Oder wenn es Titus macht, dann auch Chaos. Das ist eine Commanderkarte, die ganz nett ist. Dann haben wir ein Aegarde, Freezing, Flame, 3 Mana, 3, 3. Immer wieder eine Kreatur, dann ein Planeswalker, die denotuliert Schaden von Exist Damage gemacht wird, von einem Giant, Wizard oder Spell. Ziehen wir eine Karte. Sind wir wieder auf Kaltheim? Oder was ist hier mit diesem Exist Damage los? Wir sind echt wieder auf Kaltheim. Na gut, klar, der Rahmen passt ja dann auch. Dann haben wir Finn the Fang Mirror, 2 Mana, 1, 3, Death Touch. Und immer wieder eine Kreatur mit Death Touch, mir geht eine Schade, so viel kriegt er zwei Poison. In einem Edged Foiling. Auch ganz queerder stuff. Und dann haben wir ein Situp Jabrit auf Zahl 4. Das ist der Commander. Für ein schwarzes, ein blaues, ein weißes und ein farbloses. 4, 3 mit Eminence. Wenn man wieder angreift mit ein oder mehr Kreaturen und die Kreaturen im Spielfeld oder in der Command Zone ist, da können wir eine Karte abwerfen und dann eine Karte ziehen. Fliegen mit Erstschlag. Und wenn irgendwie ein Schaden zu viel, können wir eine Kneitkarte aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Ist nett. Und wir haben noch einen Fire Song und Sunspeaker. Das ist eine Karte, die war mal ursprünglich einzig und allein dafür da, dass man hier die Bayerbox-Promo mit hat. 6 Mana, 4, 6. Rote Instants und Sorceries haben Lifelink und weiße Instants. Oder Sorceries, die uns Leben geben, fügen die drei schadende Kreaturspieler zu. Das ist ein Kollektor-Booster. Ich hoffe, ihr habt schon was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.